was kann ich für sie tun daher ich bin eben den radios zu treffen ich hätte gern tisch für eine person nichts ich bin hier um den radios zu treffen aber natürlich gehen sie direkt durch der radios trifft sie trifft sich just in diesem moment sehr gut dann ab nach hinten ab nach hinten zum kreis und so stamm verändert sich in den anderen doch wie was haben wir hier ein gast entschuldigen sie meine herren ich hoffe dass ihr geschrieben ist hinreichende qualifikation für ihre runde sie sind also der geheime problemlöser der oberkenner hat was von einem gast erzählt es ist bemerkenswert gernot zahler zu diensten und sie sind ich heiße emil shell von der friedrich wilhelms universität berlin ich dachte ich kenne die meisten kollegen aus berlin wie heißen sie willkommen im radios wo sie ohne zweifel hingehören mathematiker guten tag shell mein name und sie sind grüße herr shell stefan nenner sie kommen von der universität berlin so ist es sind sie dort auch vortragender ich bin professor für mathematik hier an der universität freue mich schon auf einen erfahrungsaustausch ähm gern gerade teppich seit das radios symbol schnach sie streiten ich will sie nicht stören streiten ich will sie nicht stören erlauben sie mir mich vorzustellen emil shell rauch schön sie kennenzulernen herr rauch bin auf der suche nach hilfe für meine neue theorie was ist ihr spezialgebiet komplexe analysis zahlen theorie eine prima kombination ihr spezialgebiet prim a nein okay dann kommt schon mal mit den herren zahler was ist der spezialgebiet lernen sie an der universität ich würde gerne über meine theorie sprechen was sagen sie kennen sie viele vortragende der universität berlin sind sie mit ihnen in kontakt ähm mit manchen ich bin immer so beschäftigt mit meiner arbeit dass kennen sie einen robert koch frage nur weil ach unwichtig na kennen sie ihn tut mir leid nein oh schade robert koch ich soll den namen einmal nachschlagen wenn ich die zeit habe vielleicht wird es noch wichtig um meine liste aufrecht zu erhalten le wo ich habe selbst an der berliner universität studiert unter dem großartigen karl weyerstraße höchstpersönlich ein hochbegabter mann und ich natürlich sein bester student da waren auch noch andere uff diese russin welche russ sie durfte nicht einmal gasthörerin sein ach genug davon sie kennen weyerstraße bestimmt nennen sie ihn noch nimmer vater der modernen analysis weyerstraße sollte mir meine kollegen in berlin erfahrung bringen ja aber sie sehen ich bin äußerst vorsichtig bei der wahl der mitglieder des radios ich würde gerne über meine theorie sprechen ähm sie sind also professor an der universität berlin nun ich natürlich sind sie das aber wohl neu dazugekommen also eigentlich oder eine aushilfe erzahler was was ist los ich würde mich gerne mit ihnen über meine theorie unterhalten na gut lassen sie hören funktionen der veränderung mit bezug auf zustände über zeit ähm interessant klingt wie die theorie an der ich arbeite wie dem auch sei ich kann mich nicht mit den ablenkungen beschäftigen ich muss mich um meine eigenen theorien kümmern aber bitte fragen sie die anderen mitglieder die herausforderung wird ihnen guttun fragen wir mal nenner ja brauche hilfe bei meiner theorie was lehren sie genau ich hätte eine frage zu den anderen mitgliedern was lehren sie genau diskrete mathematik ich habe vor ein paar wochen eine kurze einheit über ein hochinteressantes phänomen einen prozess namens markov kette gegeben ich versuche meine studenten auf dem laufenden zu halten ihren horizont zu erweitern was ist eine markov was ist eine markov kette gut dass sie fragen niemand hier scheint mehr daran interessiert neue theorien zu diskutieren markov selbst beschreibt die sogenannte markov kette als übergangsprozess von einem zustand in den nächsten wobei die wahrscheinlichkeit des zustandseintritts vom vorangegangenen zustand abhängt stellen sie sich einem betrunkenen vor der einer nummerierten linie folgt mit jedem wackeligen schritt bewegt er sich entweder eins nach vorn oder eins zurück also der nächste schritt oder zwischen hängt von seiner derzeitigen position ab und nicht davon wie oder wo er davor getorkelt war genau überaus interessant ich hätte da eine frage zu anderen mitgliedern ich hätte da eine frage zu anderen mitgliedern was wollen sie denn wissen wer ist der schläfer da in der ecke eilrich der doktor in unserem kleinen kreis wieso schläft er erst war es kaum merkbar er nickte einfach einmal ein und dass es jemand bemerkte mittlerweile scheint es sich hier so wohl zu fühlen dass ich jeden nachmittag schläft er ist schon so lange hier es kümmert uns schon gar nicht mehr jetzt die zwei streite inne nikkitsch und wurm wie bitte das sind die beiden der linke lange da ist nikkitsch ein gastprofessor aus belgrad die scheinen sich nicht besonders zu mögen keine sorge streiten nur viel worüber mathematik natürlich rauch scheint mir recht einsilbig ist er nicht immer er ist sogar äußerst brillant brillant aber ein furchtbarer lehrer aber das haben sie nicht von mir wissen sie was über zahler was wollen sie über ihn wissen ist er der gründer des radios ja ihr eirich und rauch sind die gründungsmitglieder wie kam es zur gründung nun soweit ich weiß suchte zahler nach ebenbürtigen geistern elite mathematiker die besten der besten er wollte sich zu mathematischen ideen und themen austauschen die idee kam ihm wohl also von den gesellschaften in london hörte ihn brauchte so was natürlich auch der kaiser fand daran interesse und er begann den radios zu finanzieren unter der bedingung regelmäßigen mathematischen fortschritts eirich rauch und andere waren schnell mitglieder geworden und mit der zeit kam wurm nikkitsch und schließlich ich dazu brauche hilfe bei meiner theorie woran arbeiten sie funktionen der veränderung ich beschäftige mich mit in veränderung befindlichen zuständen in solchen funktionen faszinierend aber ich wäre ihm wohl kaum eine hilfe mein fokus liegt in der diskreten mathematik nicht bewegliche teile konstante systeme vielleicht kann ihnen eines der anderen mitglieder helfen aber diese markov kette von der sie gerade erzählten es ist doch genau das ein prozess der veränderung bloß weil mein fachbereich diskrete mathematik ist heißt das nicht dass ich mich nicht an jeglichen mathematischen gedanken versuche mit variablen graden des erfolgs ha 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 bis später bis dahin schell so kurz schon eirich an es ergibt keinen sinn streiten ich will sie nicht stören mhm ich bin auf der suche nach hilfe für meine neue theorie ah warte jetzt muss ich es nochmal vorlesen ich bin auf der suche nach hilfe für meine neue theorie thema funktionen der veränderung in bezug auf zustände über zeit mhm nicht mein gebiet auf wiedersehen ich habe ihnen doch gesagt dass ich keine zeit für ihre ablenkungen habe vielleicht wird ihren theorien ja eines der anderen mitglieder lauschen dreck oder wir gehen mal zur tafel ha ich habe was gefunden hm ja dann gehen wir halt einfach weil die wollen mir ja eh nicht helfen ach sie hofften mir unterstützung all diese mathematiker ich bin mir nicht einmal sicher ob sie mir helfen können was soll ich dann tun hoffentlich zeigt sie meine charade aus na schade ahem damen ignorieren die damen fragen anschauen den damen die tür aufhalten ähm wir sind ja selbst eigentlich eine dame fragend anschauen wäre ein bisschen komisch ähm den damen die tür aufhalten wäre am sinnvollsten danke dass sie uns die tür aufhalten ich nehme an ich nehme an der aufenthalt im radius war genehm hätte ich mich nicht erinnert wie man sich einst mir gegenüber verhielt hätte ich es jetzt nicht imitieren können jede veränderung passiert über zeit ich verstehe leiden ich verstehe leiden nichts von mathematik sie haben recht es ist mathematik wie heißen sie maximilian mein herr maximilian ja natürlich maximilian sie sind ein genie wenn wenn nur meine eltern das auch so gesehen hätten naja er ist oberkelner also muss es zu irgendwas gebracht haben sonst wäre er kein oberkelner so ist das viel zu heiß hier schnell jetzt ich muss es aufschreiben hm noch vor ein paar tagen hätte ich nicht gewusst was die damen im kaffeehaus von mir wollten aber durch die erinnerung an den herrn der mir umlängst die tür aufhielt veränderte sich mein verhalten diese veränderung passierte in bezug auf auf zeit jede veränderung passiert über zeit das ist es natürlich das ist es hm da klopft jemand ah das ist nicole muss mich erst umziehen das ist nicole das ist das mädchen da habe ich mich nicht umziehen immer werden ach so jetzt sind wir fertig okay ihr hattet doch eh was an immer störe ich grad nein nein heute schaust du viel glücklicher aus heute bin ich glücklicher nicole wie geht's dir wie immer mir geht's immer gleich sind deine eltern wieder einmal heim gekommen nein jetzt grad sind sie in schweden nicole zeit für deine geschicht schunde geschichte ich hasse geschichte die ändert sich nie oh das das war ja weil sie halt schon passiert ist nicole warum muss ich so viel gehen man tage später tage später wir sind wieder sind wieder eine frau müssen wir in der bibliothek nicht arbeiten stimmt wir könnten in die bibliothek und wir schauen mal dass wir Infos zum zu koch und zu diesem weil ja irgendwas da finden ich meine wenn da nix in der universität zu finden ist dann weiß ich auch nicht also gut emma konzentrier dich jede veränderung passiert über zeit um also einen zuschrein dieser veränderung zu erhalten muss ich wissen wie sie sich verändert muss ich sie verlangsamen klingt mir irgendwie oh Gott ich bin ich bin generell mit diesem über drüber kram habe ich ja gar keinen plan um veränderung über zeit muss ich wissen warum sie passiert nee wie wiese muss ich wissen wie sie sich verändert das kann ich doch gar nicht wissen muss ich sie verlangsamen langsam klingt mir irgendwie plausibel hm wo und wie was entgeht mir versuch was anderes um einen zustand einer veränderung zu erhalten haben sie freut's der witz und seine beziehung zu unbewussten zum unbewussten natürlich sollten sie in der psychologie abteilung finden können und wie steht's mit ähm ach ja drei abhandlungen zur sexualtheorie das sexbuch dafür gibt's eine warteliste zu welcher theorie hä was was soll ich da jetzt nehmen ich weiß ich weiß halt gar nicht ob's dafür eine warteliste gibt zu welcher theorie äh sexualität dafür gibt's eine warteliste wie ist denn ihr name mein name oh äh ist schon gut ok dem war das anscheinend ziemlich peinlich das eine frau zu fragen ich sollte ich sollte es anders versuchen um einen zustand einer veränderung zu erhalten um einen zustand in der veränderung zu erhalten muss muss ich wissen warum sie passiert oder wenn ich das so versuch nein zu allgemein versuch was anderes um einen zustand einer veränderung zu erhalten mir geht's ihnen heute Frau Rechnitschek kaum zu glauben Herr Wittgenstein ich hab das von ihrem vater gehört ein aufrichtiges Beileid sie sind zurück aus Manchester danke was kann ich für sie tun äh danke sie sind sie sind zurück aus Manchester nur für ein paar Tage ich wollte Russells Prinzipia Mathematica und Freaks Grundgesetze der Arithmetik zurückbringen waren sie ihnen hilfreich? ich hab nur das von Frege gelesen erst hab ich mir gedacht die zwei Bücher stehen im Konflikt zueinander in England hab ich's immer und immer wieder gelesen ich hätte sie schon beinahe aufgegeben doch wie ich über den Kanal fahr und beide Bücher sein gelassen hab hab ich angefangen die Gemeinsamkeiten zu sehen wenn ich doch nur die richtigen Worte finden könnte um ihnen zu beschreiben wie sich das angefühlt hat wenn sie nicht wissen wie sie darüber sprechen sollen ach schon gut ich muss wieder an die Arbeit wenn sie nicht wissen wie sie darüber sprechen sollen sollten sie es vielleicht gar nicht tun ha hm wovon man nicht sprechen kann darüber muss man schweigen eine gute Philosophie Frau Rechnitschek auf Wiedersehen auf Wiederschauen Herr Wittgenstein sein sein Denken hat sich durch seine Beobachtungen verändert erst war er zu nah dran aber später hat er seine Perspektive geändert Wann konnte Wittgenstein die Gemeinsamkeiten sehen auf der Fähre über den Kanal als er wieder zurück in Wien war auf der Fähre über den Kanal das war's seine Wahrnehmung hat sich während der paar Stunden zwischen Dover und Calais geändert eine Veränderung kann nur in einem bestimmten Zeitraum beobachtet werden eine Veränderung kann nur in einem bestimmten Zeitraum beobachtet werden von der Fähre über den Kanal